so einst leute hier wieder tut ich hoffe ihr erwartet dran ihr seid dran geblieben es geht jetzt weiter gleich speicherpunkt immer von nöten jetzt ich bin ich denn jetzt einst lang Knallen die einfach rigoros weg Von hinten und von vorne Was ist denn mit denen los Zwei gleich Da fällt er auf mich drauf Ich will dir leben Geil, das haben wir Level 4 Schlüssel Sehr gut Zwei Schlüssel sind hier noch zu finden Ich hoffe jetzt einfach mal Wir haben nicht schon einen übersehen Oh Felix, du bist so dämlich Hallo Oh Nimmt das ein Pfeil Ist da drüben auf der anderen Seite nichts Doch Muss auch was sein Müssen wir doch da auch irgendwie lang So hoch kann ich nicht springen Ich fall einfach runter So wie echt so ein Speer auf Auf spiel wollte ich sagen Scheiße Hä auch dran vorbeilaufen können Wir müssen das jetzt Können wir laufen mal weiter Schlüssel haben wir auf jeden Fall am Start Die Schlitz mal weg Schlitz 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 Kommt nur einer Schlitz 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 Jetzt halten die aus auf einmal Schlitz Schlitz Vier Tödliche Kunde Schlitz 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 Sehr Gibt es auch kein Problem mehr für Felix Ah weg Schrot Muni und Muniz was ist denn das wäre schön wenn wir das mal jemand erklären könnte sehr gut schlitz ich weg kein problem würde gehen vielen dank weggeschlitzt so jetzt kommt es hat etwas gekriegt ich geh mir auf den Sack gott sind die Level riesig naja eigentlich also das ist kein oben Wörter und die schon wieder ich habe irgendwas aktiviert der Motherfucker wo ist denn der jetzt ich will doch nur hoch ach da ist die Treppe sehr gut ich ach das habe ich jetzt was ist denn der Kack Rucksack da sind zwei davon sieht doch komisch aus wenn Jana zwei Rucksäcke trägt ja dann braucht es auch keinen Rucksack ja dann kennt auch keinen Schmerz Mann auf jeden Fall wollen wir wollen nichts wissen es gibt schon auch noch auf 100% das ist auch irgendwas zu drücken wir lohnen sind wir lohnen sind nichts da nichts gibt gibt es hier vielleicht was ja da kann man runter das ist eine übelst gute Musik das ist so richtig im Flow drinnen M2Rock M2Rock und geht das auch nicht auf geht das auf geht das auf ja mein Freund so nicht jungs okay dann geht das jetzt auf wahrscheinlich noch was anderes gehen das sich auf macht das auf man hier ist nichts hier ist nichts hier ist nichts ich habe da geht es nicht weiter doch geht aber auf der karte jetzt nicht so abgebildet das hier noch mal runter geht okay immer weiter immer weiter so so eine tech rüstung ist schon ziemlich geil wieder hoch jetzt gehen wir durch den kontrollpunkt ich hoffe zeitnehmenspunkte war's das da gibt es bestimmt noch was zum zu schrott munition also wieder schrott munition nehmen ach ja gut dann schlitz ich dich keine chance gegen meine sehr gut darauf machen klotzen wer hat geschossen da ist noch ein schlüssel weiter geht's weiter geht's schlüssel her 5 es gibt hier bestimmt noch ein level 5 schlüssel aber jungs ja ja zu lang junge schritte ich bin ja auch hinten doch bin ich das ist ja alles klar leute das war jetzt unrealistisch ich krieg mehr munition ich weiß nicht wie es hier weitergeht deswegen ich gehe noch mal hoch und gehen noch mal aus entlang das geht ja hier noch mal hoch ist das wichtig wo sie die dinge auch verstecken muss ja echt alles absuchen so schlitz ist unterwegs also geht es runter ich glaube da kommt gleich ein endgegner knallen wir einfach weg knallen wir richtig weg okay vielleicht noch nicht da sind wir auch nur einfach hier aber da oben ist irgendwas ich komme da später hin mal gucken na ja schönen dank wer geschlitzt gut hat nicht funktioniert weiter geht es weiter geht es weiter geht es doch kein schlitz und weiter geht es Segts und ich werde das noch einmal hin und dann muss ich hin und dann muss ich wieder gehen Tag Pfeiler. Und weiter geht's. Hä? Bin ich so langsam? Nein, jetzt bin ich hier geblieben. Oh fuck. Glück gehabt. Das nächste Mal weiter geht's. Boah, meine Hand schläft ein, Leute. Das ist ein Hammer. Ach, Leute. Ich schieße nicht mal ansatzweise in meine Richtung. Ich treffe mich aber. Boah, ich hoffe, die Musik hört nie auf. Komm mit. Schlitz! Das schaffe ich nicht. Gibt's hier. Okay. Portal. So richtig Bock habe ich gar nicht hier aufs Portal. Ohne Schmarrn. Ich würde lieber durchschotten. Hallo. Kacktino. Ich bin eigentlich schon durch den Kontrollpunkt gegangen, nicht, dass ich jetzt vielleicht verrecken könnte. Ja, bin ich. Oh. War schon. Ich glaube, hier gibt's nen Endgegner. Scheiße, was ist das denn? Oh. So, jetzt gibt's auch's Maul. Ach's Maul! Nicht hier. Jums. Achja. Hä? Aha. Oh, Raptor. Geile Scheiße. Oh. Oh. Das bohnt die direkt vor mir. Die Schweine. Die erlauben sich auch gar... Die erlauben sich auch gar... Die erlauben sich erlauben. Die Situation. Okay. Um das in Nacken machen. Nicht mit mir, Jungs. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Okay. Jetzt, äh... Betreiben sie sich wirklich. Oh Gott, lass mich hier rein, Jungs. Was ist hier los? Zu! Hier ist zu. Hier ist zu. Hier ist zu. Okay. Wir machen uns nochmal hier unten rum. Let's! Ah, du willst gepasst. Sehr gut. Oh, das war... Das war dumm. Das war so richtig dumm. Jetzt. Okay. Egal. Dreckig. Bugs. Bugs sind immer schlecht im Spiel. Dann komm' wir jetzt her. Also langsam Da kamen wir ja nicht hoch Also ich kam da irgendwie nicht hoch Was ich sehr ärgerlich finde Scheiße Das ist doch nicht wie man da hochkommt Vielleicht da oben lang Na gut wir gucken mal Geht einfach mal hoch Ach jetzt ist das Ding da unten offen Boah es macht mir Angst dass es so viele sind Ach ne Uh so fast zu kurz Na jetzt würde ich da rein Zeit haben wir noch Gut ich werde versuchen jetzt da drauf zu springen Geil So sehr gut So Jetzt bin ich hier Jetzt rennen wir einfach weiter Frage ist jetzt ob sich unten da was geöffnet hat Da wo wir den fiesen Typ gekillt haben Gucken wir jetzt einfach nur schnell nach Jetzt fällt sich der Weg Ne hat's nicht Geben wieder zurück Und kommst du ja Und wieder zurück Wir laufen ein bisschen schneller Und die spawnen ja alle wieder ey Boah ist das ja anstrengend Das Vieh kriegt sechs Schüsse ab Aber es tut Sehr gut Und weiter hoch Ja ist der Weg dem Karte gegangen Ich hoffe dass ich wieder so gut springen kann wie eben Da ist ja gleich so Ding hochgegangen Jetzt kann man doch auch ohne Wie man sieht Hoch hier Ich hab's vergessen Sehr gut Und weiter Ist die Falle Ne die Falle ist kaputt Die habe ich ja Meisterlich Oh man Das letzte Ding Meisterlich unschädlich gemacht Würde ich grad sagen Was ist das für eine Falle Oh nein Das ist ein Speicherpunkt Ich lasse hier aus Zuerst mal Befreien wir hier Von den Leuten So Dann Speichern wir jetzt hier Und Wir beenden die Runde erstmal Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht Ich liebe dieses Spiel Wir sehen uns nächstes Mal Und Ja Falls ihr irgendwelche Kommentare habt Was ich machen soll Was ich verbessern soll Schreibt es in die Kommentare Man sieht sich Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss